Jack und Todd machen sich ein letztes Mal ans Wiegen ihrer Ausbeute. Bereit? Hat der letzte Cleanout mindestens 18,5 Unzen eingebracht, haben sie ihr Ziel von 100 Unzen erreicht. Am Ende der zweiten Schirfsaison könnten sich diese Männer mit Fug und Recht Goldgräber nennen. Gleich steht das Endergebnis fest. Die Stunde der Wahrheit naht. Gleich werden Todd und Jack dem Team das Endergebnis mitteilen. Die Nerven der Männer sind bis zum Zerreißen gespannt. Haben sie die 18,5 Unzen geschafft und damit ihr Ziel erreicht? Es war nicht so viel, wie wir dachten. Tut zwölf Unzen. Mehr nicht. Nur zwölf? Damit liegen wir bei 93,5. Knapp verpasst. Aber wir müssen uns nicht schämen oder mit gesenkten Köpfen nach Hause gehen. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ich bin hochzufrieden. Wir haben viel erreicht, auch wenn wir das Ziel verfehlt haben. 100 Unzen sind es am Ende nicht geworden. Doch gescheitert ist das Hoffmann-Team beileibe nicht. Mit einem Gewinn von umgerechnet 30.000 Euro haben sich die Männer den Respekt der anderen Goldgräber redlich verdient. Ich bin zufrieden damit. Stolz auf das, was wir geschafft haben. 93 Unzen sind eine Menge Gold. Mit so viel hätte ich nie gerechnet. Ich finde, das haben wir gut gemacht. Ich finde es toll. Wir haben uns enorm gesteigert. Ein paar Dinge hätten anders laufen können. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Ich wollte gern 100 Unzen für dich rausholen. Aber mehr war einfach nicht drin. Ich bin völlig zufrieden damit. Ihr seid die besten Freunde, die man nur haben kann. Ich danke euch. Ja, kann ich gar nichts sagen. Die Hoffmanns beschließen ihre zweite Schürfsaison mit Gold im Wert von 112.000 Euro. Siebenmal mehr als bei ihrem ersten Versuch. Am nächsten Morgen überreicht Jack jedem Mann seinen Anteil. Ich habe hier was für euch. Jedes dieser Röhrchen enthält 5 Unzen. Dafür bekommt man im Moment rund 8.000 Dollar. Ja. Ich würde im nächsten Jahr gern das 10- bis 15-fache rausholen. Ihr verdient so viel mehr. Viel Glück und gute Reise. Fünf lange Monate hat das Hoffmann-Team im Klondike verbracht. Jeder der Männer bringt 5 Unzen im Wert von 6.000 Euro nach Hause. In ihrem zweiten Jahr zahlt sich die Schinderei endlich aus. Sie sind keine Anfänger mehr, sondern echte Goldgräber. Das ist mein Gold. Dafür habe ich mich abgerackert. Wir haben viel durchgestanden. Wir müssen los. Das Gold von Jack macht mir Mut. Vielleicht starten wir nächstes Jahr richtig durch. Wir haben unser Ziel knapp verfehlt. Aber für 93,5 Unzen muss man sich nicht schämen. Unter diesen Bedingungen hätten wir uns auch schlechter anstellen können. Uns hätten 40 Unzen fehlen können statt ein paar. Wir haben uns bei den Jungs hier oben Respekt verschafft. Anfangs haben sie uns für Idioten gehalten. Wir haben gezeigt, dass wir dazugelernt haben. Jetzt sind wir fast vollwertige Goldgräber. Wir Tschüss! Vielen Dank! Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017